Kansas ist voller guter Menschen. Ich will aber nicht gut sein. Ich will der Größte sein. Den wirst du brauchen! Ich will nicht sterben! Ich hab doch noch nichts erreicht! Bitte! Ist das ein Traum? Sie sind in Oz. Ich bin Theodora, die gute Hexe. Wo ist ihr Besen? Sie wissen nicht viel über Hexen, oder? Die Smaragdstadt. Endlich sind sie hier! Und die Weissagung wird erfüllt. Das ist meine Schwester. Evanora, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Der Schatz von Oz. Er gehört Ihnen. Doch erst müssen Sie die böse Hexe besiegen. Nur, die böse ist sie. Städte wurden zerstört. Kinder wurden zu Weisen. Der große Zauberer aus Kansas. Ich erwarte Sie schon lange, damit Sie uns helfen. Ich? Ihr sterbt, ihr sterbt! Haben diese Krähen gerade gesagt, wir sterben? Nur Ihre magischen Kräfte können uns alle retten. Bitte sagt mir, dass ihr kämpfen könnt. Nein. Aber sing! Jungs, ähm, lasst mal gut sein. Ich bin, unter Umständen, gar kein Zauberer. Ja, aber das wissen Sie nicht. Sie sind zu mehr fähig, als die Arten. Sind Sie der Mann, den wir erwartet haben? Wäre durchaus möglich. Du bist der Mann, oder? Was hat das denn, die Hennstei? Wäre gut. Ich bin, unter dem Kopf.